ARD Text im Auftrag von Funk 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 Ach, Mann. Ah, eine ganz große Klasse, du. Aber ich fahre mit dem Bus. Ich habe jetzt keinen Bock, die ganze Sache wieder zu Fuß zu laufen. Und da ist ja schon der Bus. Das heißt, jetzt steht hier auch schon bald der Bus, ja. Wo ist er denn, da ist er schon, da, 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 da. Ab geht's und die 15 Seni steck ich mir in den Sack. Hey. Ja, noch zwei Level. Oigol. Son Goku's Kleidung für Level 11, aber mit schwarzem Hemd. Nicht schlecht. Ja, gut. Also ich muss bis Level 11 aufleveln, da muss ich diese geilen Schuhe anziehen und jo, dann bin ich Son Goku. Ha, ha. Boah, der müsste ja richtig unweig fahren. Also warte mal, wenn... Der fährt ja... So. So, dann muss ich hier aussteigen und dann muss ich dir das Stück noch laufen, alles klar. Das soll mich nicht stören. Alter, komm mal, wie viele Busse unterwegs sind. So, gleich sind wir da. Na gut, das heißt gleich. Zwei, drei Minütchen. Also ich nehme mal an, wenn ich jetzt noch so weiter Cress mache, dass ich hier unten hin muss, dann wird die ganze Karte aufgedeckt. So, wie viele Seni habe ich jetzt eigentlich? 12.987. Nur wegen dieser Scheiße mit Dingens. Ähm. Hier mit den Pets. Ich habe nur einen Rotz bekommen. Gestern ist so ein geiles Teil. Jetzt hat er so einen Schwanz hinten. Und immer wenn du da einen Quest erfüllt hast, dann kam da so eine Blume rausgesprießt. Dann höre ich ja so ein komisches Wollknäuel in Grün. Das ist erst wie so eine Arschritze. Und dann... Was ist doch echt... Bekloppt ist das? So, vielleicht kommen wir bei dem Dorf an. Wo wir immer schon mal vorbeikommen. Der ist auch schon in Station. So, jetzt hier ist Endstation. Gut, wir bedanken uns, steigen aus. So, und jetzt muss ich dem Weg folgen. Ja. Auf einmal weiter in dem Weg folgen. Bis ganz nach unten. Ist klar. Bis denn? Na, ja. Wir gucken, ja. wir sind exclusiv. Ich muss doch blöd. Mist, blöd! Bara! Ja. So. Ja. Så. Ja. 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 Ich will da gucken, ob ich noch mit dem NPC sprengen kann, wegen dem Quest, was er mir gegeben hat. Kann ich die Schilder lesen? Nein, die sind nämlich leer. Sehr schön. Dann geht's jetzt hier weiter. Und ich bin schon richtig... Gleich bin ich da. Gleich bin ich da. Ah, erstmal. Hab ich ganz vergessen. Genau. So. Dashing Shrew the Field. In the Dragon Ball Area. Reaching our goal. Sooner as we fought. Jo, also hier alles erledigt. Okay, das Quest ist gefällt. Und die da oben, keine Ahnung, was ich mit denen machen muss hier. Vielleicht werden die am Ende einfach gelöscht, was weiß ich nicht. Hauptsache, wir müssen mal... Okay. Okay, ähm... Genug gefuschelt. So. Hier schläft das Portal. Achso, wir müssen mit dem Teleporter in die Zeit zurück. Oder wie schaut's aus? Ach nee, okay. Und ein Roshi? Okay, und der Hund? Und... Und noch einmal. Jawoll. Mal schon sagen, was war denn jetzt los? Apropos, der kommt mir ganz gelegentlich, der hier. Kann ich nur was verscherbeln. So, die Dinger sind hässlich. Weg damit. Die auch. Weg damit. Weg damit. Weg. Weg. Auch wenn sie Leben heilen, weg. Na, was ist das? Ist das ein Saft? Weg. So. Dankeschön. Jetzt kaufen wir mal was von denen hier. Wie viel habe ich davon? Zwo, ne? Ja. Kauf ich acht. Und von denen kaufe ich vier. Dankeschön. So. Ähm... Moment mal, das ist immer noch rot, oder nicht? Ja. Hier muss das noch sein. Vielleicht doch mit dem Teleporter, Heini. Oder... Oder... Warte mal, das ist das gar nicht, ne? Warte mal. Tee... Moment, da ist jetzt was Neues. Nanu? Okay. Sind das denn festige Wesen? Weiß sind die Pflanzenmänner wieder. Die weichen immer gleich geschickt aus. Die sind nicht sehr stark für den Welver. Da ist schon mein erstes Quest-Ziel. Und da ist schon mein erstes Quest-Ziel. Jetzt geht's jetzt hier dieses Zeit-Quest an, aber... Jetzt geht's um mein Quest um den Drei-Sterne-Dragon-Ball. Oh... Moment mal. So, ich geh einfach nach da hinten hin. Moment. Da hinten war da was. Da hinten war da was. Hier wird noch was von mir. Und da hinten war... Ähm... Ignorier mich nicht. So, jetzt gibt es auch noch ganz dunkle Affen. Das kommt mir wieder so bekannt vor, diese Gegend. Das war die Teleporter-Gegend. Ungefähr, sah die so aus. Okay, was soll ich hier? Wow. Lass mich in Ruhe! Du Scheibe! Young Dingo! Und dann bin ich ja nach Schuhe. Ich denke, ich denke, ich glaube, die jetzt Farm Intervention plotter machti off. Ja, das wird mir Meter. Vielen Dank.